Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Ghostbrichton Breakpoint. Bei mir eine neue Aufnahme Session. Wir müssen uns da und da jetzt noch hinbegeben für die beiden Ziele. Wir hatten das letzte Mal diesen einen BOMB da. Sind wir etwas schneller und näher dran. Mal gucken wie wir darüber kommen. Am rechtesten wäre es natürlich ein Gilly zu nehmen. Aber ob das so gut klappt weiß ich leider auch nicht. Na komm, was lädst du denn so lang? Er ist ein Gilly. Er ist ein Gilly. Oh s*** nein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wenn ich da wieder dann hoch muss, dann kriegt man, dass ich einfach so voll da reingehen kann, wenn er sich unbedingt noch mal retten muss. Da ist ein neuer Hilfe. Ich freu mich mal. Da kann zwei Drohnen erstmal. Ja. 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 Was ist das? wo bist du erst mal wieder reinkommen ich hab bisschen rage 2 gespielt da war einfach nur aller nein das war nicht das das war die ganker ein bisschen pre-fire wir haben halt den bus ach ja und cod hatte ich ja auch noch gespielt und dann hat das was wir mit dem aufläden und so gehabt ja auch wieder zwei verschiedene effekte was ich will ich verärgern hier unter mir ausgehen und dann offen habe ich eigentlich schon das was ich haben will von daher ja aber es sind halt auch immer warten die man dann zu lenken noch ja Das war's. Das geht dann nochmal auf. Boom! War knapp was jetzt, glaube ich. Der hat leider keine Waffe. Jo! Ganz gemütlich. Okay, jetzt da rüber. Boom, man. Ich habe das Ewok. Ja. 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 Ausländer rechtlich. Ja. Ja. Hast du da auch nichts mehr? Ja. 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 Shit. Ja. Ja. Du sagst mir jetzt besser, wie ich ins Kommunikationszentrum komme. Hast du mich verstanden? Mehr weiß ich wirklich nicht. Tu mir nicht weh! Okay, gut, dass ich ihn nicht bequittet habe. Weil er dreht sich genau rum, kurz bevor ich ihn greifen konnte, ne? Fire out, wahrscheinlich. Geht ihn doch direkt in die Beine ballern sollen. Ich bin live. Es ist ein Geschenk, bis jetzt bin ich. Höhen! 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 Was ist das? Was ist das? Nein! Ich habe getroffen! Ähm... ... 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 Oh Mann, don't die! Oh Mann, don't die! Hey, ich kenne, ich kenne! Hey, wo die, wo die! Oh! Ah! Ja! Und holen wir uns auch das letzte Ding zum Hacken! Alter, Schnell! So, da brauchen wir sich jetzt schon wieder hin. Ich muss da noch irgendwas finden. Nee, das ist hier. Klassicherheit. Hören Sie bitte auf! Womit soll ich denn aufhören? Als ob die anderen eure Freunde waren, ey. Jetzt auch noch mal ernsthaft. So. So. Ja. So. So. Ja. Und warum? Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich jetzt wieder zu ihr zurück? Einfach nur? Ja. Und warum? Wo muss ich denn jetzt hin? Ja. Und ansonsten? Okay. Shit. Ah, jetzt wurde der Punkt angezeigt. Ganz kurz. Ja. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Okay. Oh. Ist da was passiert? Genau. So. Okay. Oh. Ist da was passiert? So, das ist leadership. Jetzt sind wir hier herunter gesetzt. Letzte runter gesetzt haben. Ah. Ah. Es war auch mal hin. Ah. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, hab's hingekrieg. Oh, scheiße. Ich hab ein kleines, aber wichtiges Detail vergessen. Was denn? Den Download. Sobald er startet, dauert es nicht lang, bis Blake herausfindet, was hier los ist. Die Computeraktivität wird ihm genau zeigen, wo wir sind. Dann mach ich mich mal auf Besuch gefasst. Ja, verreiten Sie sich gut vor. Kommen Sie zurück, wenn wir mit dem Download beginnen können. Okay. Ich würde auch sagen, mit dem Download beginnen wir aber auch erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein.